so meine lieben freunde und freundinnen es ist montag die wochenrunde für das kollektiv für diese woche ist berg kann berg kann als die runde der bierke das ist die runde die die kraft und ja den spirit also die seele der birkenköstchen enthält und berg kann er handelt von wachstum persönliches und spirituelles wachstum darauf gilt es diese woche besonders zu achten als kollektiv und natürlich als kollektiv wieder auch für sich wachstum und erneuerung berg kann alles nämlich auch erneuerung und verjüngung ja also dann danke fürs zuhören habt alle noch einen schönen wochen stark falls euch das video gefallen habe das gerne ein leichter und abonnierst den kanal falls ihr das noch nicht getan habt dann verpasst ihr auch keins meiner videos mehr und ansonsten sage ich bis zum nächsten video und passt auf sich auf bis zum nächsten video